. Guten Morgen! Guten Mittag! Halt deinen Mund! Wir sind heute wieder in A Way Out! In A Way Out! Ja! Und das hat zum Anlass erklärend Heute ist ja guter Tag! Und deswegen? Mit Jamie Mutter! Ja, du kannst! Nein, Jamie ist eine Frau! Sie ist eine Frau! Okay, sure! Das ist es! Das ist es! In dieser Folge haben wir herausgefunden wie Babys geboren werden, nämlich die Frau zerplatzt! Du hast erinnert! Du hast gesagt, ich soll zu dir kommen aber er ist ein Lift Hoi! Also ich nehme an, wir nehmen einen Lift jetzt! Wollen wir ein Spiel spielen? Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Oh je! Ihr gewinnt! Oh je! Okay! Oh Gott! Es wird geil! Ich mache einfach mal die Goldene mit! Aber ich will rot sein! Ja, ich würde auch blau sein! Ich würde auch blau sein! Das muss sicher voll entertaining sein! Zwei! Nein! Oh mein Gott! Ich habe mich verglückt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin der Festi! Nein! 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 Ich kann nicht raus! Ich habe mich so hart geklickt, Alter! Ich gehe jetzt deiner Frau beim Platz hinzu! Oh, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe gedacht, ich bin der Ruf! Und so scheisse, das war eines zu wenig! Du tröschst vielleicht auch mit den Kommentaren! Bitte tröschst niemandem! Das war geil! Ich werde es ja so nicht, weil du keine Kommentare hast! Belastet! Aber Leute! Wollen wir nicht mal Kommentare schreiben? So, weisst du? Das muss ja nicht fehlen sein! So! Ein Buchstaben reicht von mir aus! Schreib mal rein! Wie heisst der Mensch von uns? Wie heisst der? Also... Ähm... Wie heisst es der Leo? Und wie heisst der Vincent? Ganz einfach! Also ich will natürlich K.O. schlagen! Das ist aber mein Weg! Und du willst mein Weg eigentlich nie! Doch, ich will dir weg! Nein, ich will dir weg! Ich will dir weg! Gib mir dir weg! Gib mir dir weg! Gib mir du dir weg! Gib mir 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 weg! Boah! Das ist aber... FSK 18! Also wirklich! Er hat sicher geschlafen! Ok, es ist doch kein FSK 18! Wo habe ich jetzt? Es ist ein Trail-Lift! Du musst Hilfe, Mann! Hä? Nein, ich fahre nicht! Es ist ja schon drin! Es ist ein Trail-Lift! Haha, geil! Aber es ist wirklich ein Trail-Lift! Ja, es ist ein Trail-Lift! Du bist schon dein Baby? Ich bin nervös! So! Jamie, du bist schon dein Baby gewesen! Nein, ich bin vollstuhl! Was muss ich machen? Alright! This is fun! Hä, was muss ich machen? Hä? I'm really good at this! Hä? Du musst hin und her balancieren, sonst gehst du um! Easy, yes! Fuck, Alter! Haha! Hey, ich will mal... Ja, das habe ich aber nicht vergessen! Ah! Wow! Zwei Rentner können nur gewohnen! Alter! Was soll ein Spital nicht alles bieten? Haha! Habe ich da runterstossen? Nein! Vielleicht kommen wir gerne hier... Alter! Aber ich zeige, dass zwei Typen zum einen Glühbirnen wechseln! Nein! Komm, soll ich mich schaue auf das Fernsehen? Komm! Setz dich! Komm, ich muss mit denen reden! Ja! Ja! Ich muss mit denen reden! Komm, ich muss mit den Pennen herumdrehen! Oder mit dem sitzen und mit dem... Wir wohnen! Hallo! Hallo! Oh, hallo! Es ist definitiv ein Mann da! Nein, es ist eine Frau! Oh, scheiße! Das ist... Das ist wirklich... Das ist wirklich cool! Meine Wife und ich hatten einen Mann, und ihr Gesicht sahen wie dein. Haha! 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 Wow! Wow! Sie platzt auch klein, hey! To your point! Good work, anyway! Lass doch lieber weg, sonst geht es uns auch rein! Oh no! Ist gut! Hm... Es ist so spannend! Ey, der Mond landet! Das ist gerade sehr aktuell! Das ist nicht der Mond landet! Das ist der Mond schon gelandet! Haha! Der Mond schon gelandet richtig! Der Mond schon gelandet... Der Mond schon gelandet... Ich schiebe schon mal mal! Haben Sie meine Zifrasi-Frage? Was ist der Name, please? Oh... Wieder durch! Marc! Hallo! Right! Just follow me! Wieder in der Gruppe! Ah, sie macht gleich die Tür auf! Macht gleich die Tür auf! Haha! Haha! So, ganz langsam! Die Tür wieder zu machen! Ah! Ich habe mir Folgendesmüll dabei! Ah ja! Ah ja! Hey Leo! Hey! Hey Leo, komm! Hey Leo, komm! Mann! Ja, ich weiss ja nicht! Thanks! Da drin ist jetzt geplatzt! Nein! Ich kann da nicht rein! Das ist eine Riesen-Sauerei! Nein! Ich habe es geachtet! Hey Carol! Mhm! Ah, sie ist schon geplatzt! I'm fine! Oh, das sind ihre Gedämmen! Vincent! What are you doing here? Es lag langsam! Nein! Es ist nicht okay! Sie ist meine Daughter, auch! Sie ist eigentlich eine Tochter! Wow! Ah ja! Ich schmeiße das Fenster wieder her! Hey! Hey! Also! Komm! Ich weiss ja nicht! Aber... It's nice to meet you, man! Man! Oh! Babygirl! Um! I'll leave you guys alone! Hey, ich bin dann mal da! Hey, kannst du meinen Migros kaufen? Hey, bringst du meinen mit? Hey, ja! Ja, wegen dem Donut! Hey, ja! Hey, bye-bye! Nice! Oh! Und du darfst jetzt... Can I hold her? Kann ich doch die Lauch ausziehen? Ich schaue noch, wie fern sie sind! Ja, setz dich da hin und schlaufe ein! Ich kann eine Karte werfen, Jamie! Oha! Bang! 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 Wow! Bang, ja! Achso! Ja, ja! Jamie bleibt so los! Das ist so, Alter! Meine Frau... Deine Frau ist nicht so dort! Sie ist noch im Bauch dort, Alter! Ab deine Frau! Hey! Also, wir sind ja voll hässlich aus, Alter! She's so beautiful! Sie kann ja mal reden! Also, in diesem Fall hat sie gesagt, sie nicht aus wie du, Alter! Nein! Noch ein Vogel, Alter! You know... I miss you! the Die mie leсолют médico Die Die haben Sie g peeled Die Lass mich kurz kurz auf die Tränen düsen drücken. Es spürzt dann alles in mein Gehirn. Ist nicht die Nachtbeziehung am Kurs? Du, das ist jetzt dein kleinster Problem. Du hast einen Dachtermann, den du hast. Hast du es schon als Kleinerzimmer? Ja du, äh... Dachboden. Ja, ich bin halt der Keller am Start. Schmeiß kurz raus. Wäschkuchen. Hey jo, jetzt kommt mal ein bisschen. Leg, leg, leg. Kannst du schon mal lernen, eine Wäsche zu machen, weisst du? Schau da, ich war schon im Mikro gewesen. Im Mikro am Kartenwerken. Ah, schau da, wäre noch eine Zigarettennähter, Mann. Nein. Oh oh. Nein, ist der Scheibe, der hat alles gefunden. Aaaaaaah! Von wo aus wissen die, dass wir da sind? Sie haben ja nicht so lange heruntergelassen, Mann. Ich kann zeigen, dass wir uns alle einleiten sollen. Mann, die haben das nicht mal gemerkt. Oh, da sind sie schon da oben. Okay, let's go. Nicht schiessen, wir sind im Spital. Unser Vorteil, tschüssü. Hey, tschüssü. Hey, tschüssü. Hey, tschüssü. Nimm's könnt mit, Jamie. Alle, mein Baby ist ja wohl im Dating gebracht. Jamie, die machen uns nichts, wenn du sie nicht nimmst. Nein, nein. Du, ich springe in ihren Bauch wieder rein. Das ist schon ein Loch, oder? Ich mache jetzt den typischen Fattor. Das Baby ist geboren worden. Go. Tschüss, ich auch ab. Bye. Tschüss. Oder vielleicht auch ein paar Zigaretten. Hey, weil du jetzt selber rennst und ich muss... Hey! Hallo! Ich gehe ein paar Zigaretten holen. Hallo, ich will auch rennen. Nein. Bam, Alter. Oh, meine Kamera ist schon. Wow. Hey, ich muss rennen. Scheisse. Komm, renn sie drück. Das ist eine beschissene Steuung. Damn. Ja, 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 ja. Stopp. Box im einen in der Pfanne. Ey, 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 ey. Ach, ich weiß das sehr. Bam. Hallo. Renn. Ey, yo. Ey, ey, ey. Ey, yo. Yo, 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 yo. Ach, der läuft hier. Oh, Jamie. Ich sehe einen runtergehen. Oh, shit. Oh, shit. Es sind zwei Polizeiautos. Weiss noch. Alle. Alle. Zwei. Pro Polizeiautos. Zwei Polizisten. Oh, uh. Und Deki hat sich kein bisschen verschoben. Wow, alle. Ich bin jetzt kein einziger Schlogen. Du schon. Surrender. Surrender. Lio, renn. Komm, schnell, schnell, schnell. Shit. Hey. Is anybody in here? Better show yourself. Okay. Murray. You got anything? Nope. It's all clear. Ja. Niemens. Murray. Sorry. No, Cedric. Guck mal, wo's ich geh? Oh, weiss. Eine Ahnung. Nicht da raus am besten. Weiss ich hier auch nie. Das weiss ich. Das weiss ich. Das weiss ich. Jetzt bin ich im Meter auf dem Computer schauen. Also ich glaube ich muss raus. Oh. Hey, Polizei. Stipido. Neissig. Nein, du musst schon. Übrigens. Übrigens. Du musst nach links. Baba. Come on. Hey, stop. Hey, stop. Schnell, hör dir. Schnell, hör dir. Schnell. Oh, man. Mann. Oh. Oh, weiss. Ey, das war aber ein super Timing gewesen. Vor allem, dass die Dinge dort offen sind. Ei, ei, ei. Dass meine Kamera auch dort durchpasst. Freeze. I need to get out of there, Ben. Alter, ich habe so einfach alle. Und du musst dann den E tippen. Was willst du? Oh, die Baby-Kleiber ist ja schon unvermalen. Haha. Oh, scheisse. Bye, bye. Ich bliege den mal davor mit der Kamera, gell? Nimmst du sie mit? Nimm sie mit mich rein. Ja, du machst ein 2D-Game. Achtung, jetzt können wir safen Leute von rechts oder so etwas. Oh, ja. Ich habe es gewusst. Are you shitting me? Ah. Ah, ich muss. Ah, so. Ah, ha, ha. Ja, Mann. Nicht vor, ich war links im Austasten. Jetzt ist rechts im Austasten. Ah, ha, 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 ha. Ah, da bist du. Oh, dort bist du. Oh, ha, 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 ha. Ich habe Be κο approacheto. Ich lebe auf dasseldo ja. Oh-ah ha. Du tue, ich will um mein Leben rennen, weil ich hierbo nicht erschein. So dass ich nicht passiert vom restlichen Fall mache. Du solltest dir mal ab. Bis zum nächsten Mal bekommst du eurer 2 auf der Kopf, Mann. Trop스 schtau của man. Haha hey. Wie lange ist der Gang noch? Oh Scheisse! Hilfe! Wow, Alter! Was so ein Püppel alles machen kann! Oh nein! Hey Pippen! Tschau! Wow! Wenn du jetzt auch ein 2D-Game hast... Nee, nicht andere Der Scheisse! I need to find the way out You need to find the way out Wenn du jetzt wüsstest du, wo ich muss Check the windows Check the way out Kannst bitte wegschauen Bis es geht Schau doch weg und siehst du noch nicht Bis es geht Schau doch bitte So, where'd he go? Alter, der Dunkelsteil nicht ruft Ah, der möchte selbst machen! Nein! Das ist unsere geringste Sorte! Und hier ist einfach ein Leiter! Ich fühle Du kannst es bitte zu schnell machen Ich will auch noch eine Szene haben Dann Dann Hahaha Renn Leo! Mann, wieso nicht? Am meisten Polizisten! Ich kacktisch! Schiess! Schiess sie! Schiess sie! Oh Mann! Schiess noch mal den Gott sie wieder weg Ich habe Angst Ja, ja Du, was in GTA hätte ich schon lange Schon f*** In GTA wäre es aber eigentlich Das ist ja auch ein bisschen länger Ey, wie vieles Leben haben wir eigentlich? F*** F*** Piece of sh** Door Open Jawoll Jawoll Ehh 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 Ouuuuhh Ouuuhh 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 Ich habe einen Bug Was? Meis E ist immer noch dort, wo ich vorher drücken konnte Hä? Meis E ist auch noch dort Hä? Ich sehe das E immer noch Das ist etwa von mir vorher Dr Hey Opa was ist jetzt? Nein Wie alt ist der Leer? Ich habe meinen Aufmerksamkeit. Okay? Well do. Let me know, if there's anything that has to go down. Sure. We'll be patrolling this way for now, so we'll be close by. If you see her here anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Ha, hallo, ich bin hier. Du, ich meine, Jamie, bist du. Sonst lassen wir uns noch schlappen und wir haben sie schon mal hergebracht, auszubrechen, weisst du? Ja, ja, ey. Wir sind schon draußen und es war ein riesiger Aufwand uns schnappen und dann raus zu gehen, aber lass uns schnappen lassen. Uh, das klappt schon. Gar nicht auffällig, aber jetzt rennen, ja. Das passt schon, das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Hauptsache, die Öle zu machen. Scariest? Mann, du bist ja felsgelöst. Hey, tschüss, geil. Wuii! Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen wie ein Piece of Vado. Ah, ha, ha, ha. Zufälligerweise. Wie gibt's auch noch? Eieieiei, wie gibt's auch noch, ja? Are you shitting me? Come on! Just get them open! F**k, surrender! Schliess doch einfach das Tor. Das schloss du. Freeze! Shit! Stop! Das bringt's, Alter. Come on, let's go! Muss ich jetzt etwas drücken? Oh, Seren, komm, komm, Seren, komm, Seren! Nein, ist ja Handy! I need to help her. Nein, ich kann jetzt allein abholen. Und hier darfst du eigentlich immer Selbstgespräche führen. A car. Ja, wow. Hier vorne sind Politisten. Das habe ich nicht gesehen. Hier ist ja kein Car, weißt du. Ah, da ist unser Car. Kann ich das drüber wissen? Ja, oi. Ja, oi. Jetzt hat's vollgebracht. There he is. Hä? Sehr direkt, du bist gefangen worden. He 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 he. Sorry, guys. Ich bin schlechter, dass du bist. He he. Oh, Mann. Oh nein, soll sie fahren? Was will die von mir? Weisst du, bis jetzt ist das so ein riesen Problem gewesen in einem anderen Spiel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du kannst aber gut fahren. Hey, gell. Ich habe einen GTA genommen. He he he. Du spielst GTA. Du spielst GTA. Du spielst aber 18. Bin ich doch auch. He? Oh ja. Du bist 18. Ja, 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 ja. Mann! He he he! Nein! Oh nein. Oh Mann. Komm drei. Komm anders! Oh. Wenn ich am Polizisten hängen bleibe bin, dieser kann ich nicht mehr. Oh Mann! Oh nein! Pan Golfıyorum! G schau mais, economy so schnell wie möglich! Das ist schlecht. Kann man die Slowmotion abschalten? Nein. Mann, aber du musst einfach schnell einen E indrücken. Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Das ist schlimm, ich verbrenne. Das habe ich nicht versucht. Tja. Das ist die Probe, ja. Ey, wenn du jetzt selber musst fahren, dann sehen wir noch mal. Bye-bye! Ah, ich meinte, wir fallen jetzt ins Wasser. Ey, Rär, aber schau mal, wie gut ich gefahren bin. Mööö, beng, möö, beng, beng, beng. So, und wir haben wieder ein weiteres Kapitel geschafft. Das ist schon die nächste Location. Das ist schon die nächste Location. Wir wollen wissen, wie es weiter geht. Ich muss auch noch eine Moderation machen. Das ist mein Kanal. Okay, mach mal ab. Ey, Leute, ich wünsche euch noch einen ganz geilen Tag. Niemand interessiert sich für das nicht. Nein, 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 tschüss. Nein, das ist jetzt kein Tschüss, Mann. Ich wünsche allen Müttern auf dieser Welt einen schönen Tag. Von Herzen. Das ist, was als nächstes passiert. Ganz geilen Tag. Tschau zusammen. Arrü!